Aare-Freibäder Entlang der Aare locken im Sommer in mehreren Gemeinden Schmuckebäder mit direktem Zugang zur Aare oder bieten in abgetrennten, mit Aarewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heissem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Das Flussbad Schwäbis in Thun ist eine kleine, schmucke Anlage. Sie bietet seit 1884 in nostalgischem Rahmen eine familiäre und gemütliche Atmosphäre. Mit den Sitzplätzen des Restaurants direkt an der Aare sind Feriengefühle garantiert. Das Flussbad erlaubt das Schwimmen in der Aare in einem kurzen, ruhigen Abschnitt. Da es sich dabei um ein Naturgewässer handelt, kann auf die jeweilige Wassertemperatur kein Einfluss genommen werden. Beachten Sie bitte die Baderegeln des Flussbads. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.